Die Forscherbande Rosie Revere und die Erfindung der Zeichenmaschine Von Andrea Beatty Es liest Lea Fleck Rosie Revere setzte sich die Schutzbrille auf. »Seid ihr bereit?«, fragte sie. »Bereit«, rief Ada Twist. »Bereit«, rief auch Iggy Peck. Beide reckten von ihrem Beobachterposten hinter der Anrichter aus den Daumen hoch. »Los geht's«, verkündete Rosie begeistert. Sie drückte auf den großen roten Knopf am Rückzählometer. Eine kratzige Computerstimme erschallte aus der Lautsprecherbox. »Countdown«, »Fünf«, Rosie duckte sich in ihre Sicherheitskabine. »Vier«, sie schlug ihr Notizbuch auf. »Drei«, sie zog den Bleistift hinter dem Ohr hervor. »Zwei«, plötzlich kam Gizmo in die Küche geflogen und landete auf der Apparatur. »Weg da«, brüllte Rosie. Gizmo schiebte wütend. »Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Es ist nur zu deinem Schutz«, rief Rosie. »Eins«, die drei Kinder stürzten genau in dem Augenblick zu Gizmo, als »Boom«, der Apparat explodierte. »Klitsch, Klatsch, Spritz«. »Klebrige, rote Ketchup-Batzen flogen durch die Luft. Aber Gizmo schoss davon, ehe der Ketchup-Regen sie erreichte. Sie segelte höher und höher und raus aus der Gefahrenzone. Nachdem sie eine elegante Runde gedreht hatte, landete sie auf dem Kühlschrank. »Waui«, sagte Ada staunend und wischte den Ketchup von ihrer Schutzbrille. »Igitt«, beschwerte sich dagegen Iggy, der sich vergeblich darum bemühte, den Ketchup von seinem Pullover zu streifen. »Hm«, brummte Rosie nachdenklich. Sie klopfte mit dem Bleistift auf ihr Notizbuch. Nachdem sie die Sauerei eine Weile gemustert hatte, machte sie sich rasch eine Notiz. »Versuche in der Küche gleich. Schlechte Idee.« Ada und Iggy hatten Rosie den ganzen Vormittag über geholfen. Sie wollte etwas für ihren Onkel Fred erfinden, der Tierpfleger im Zoo war. Onkel Fred hatte ein großes Schlangenproblem. Und ein kleines Schlangenproblem. Und ein grünes Schlangenproblem. Und ein... Onkel Fred hatte ein jeglicher Art von Schlangenproblem. Alle Schlangenarten im Zoo liebten ihn. Sie schlängelten sich aus ihren Terrarien und glitten in sein Büro. Sie verbargen sich in seinem Schreibtisch. Sie krochen in seine Jackentaschen. Sie versteckten sich sogar in seinem Pausenbrot. Einmal war eine glatte, grüne Schlange namens Vern in sein Sandwich geschlüpft. Onkel Fred hatte Vern für eine saure Gurke gehalten und fast in ihn hineingebissen. Nach diesem Vorfall hatte Onkel Fred Rosie angerufen. Sie hatte ein Apparat erfunden, um die Schlangen zu verjagen. Sie hatte ihn Schlange-Schleichdich genannt. Er hatte leider versagt. Dennoch hatte sie nicht aufgegeben. Rosie hatte schon fünf Modelle entworfen. Sie waren alle ein Reinfall gewesen. Aber Rosie war noch lange nicht bereit, das Handtuch zu werfen. Onkel Fred brauchte ihre Hilfe. Rosie hatte gehofft, dass Modell Nummer fünf der Aufgabe gewachsen sein würde. Sie sah sich das Chaos an. Die Plastikschlange auf der Anrichte war unter einem Ketchup-Berg begraben. Sie sah aus wie eine gigantische, gestreifte Pommes frites mit Reißzähnen. Onkel Fred würde eine Erfindung, die Ketchup auf seinen Schreibtisch regnen ließ, nicht gefallen. Er war mehr der Senfliebhaber. Und außerdem würde der Ketchup vielleicht Ameisen anlocken. Und Pommes frites. Rosie notierte noch etwas zu ihren bisherigen Versuchen. Die drei Freunde machten die Sauerei weg. Dann aßen sie alle zusammen ein paar Erdnussbutter-Honigbrote und sprachen darüber, warum der Versuch ein Reinfall gewesen war. Nach dem Mittagessen gingen Ada und Iggy nach Hause. Rosie dagegen arbeitete weiter an ihrer Erfindung. Sie begutachtete die Apparatur. Der Schlauch war geplatzt, weil ein Knick darin für einen Ketchup-Stau gesorgt hatte. Der Druck war immer weiter gestiegen, bis schließlich… Bumm! Aha, murmelte Rosie. Sie schrieb ein paar Ideen auf, wie sie das Problem lösen könnte. Schlange Schleich-Dich Nummer sechs würde besser funktionieren. Davon war sie überzeugt. Naja, davon war sie fast überzeugt. Es gab nur einen Weg, es herauszufinden. Sie würde ein paar Änderungen an der Maschine vornehmen und einen neuen Versuch starten. Rosie wollte gerade beginnen, als sie ein vertrautes, surrendes, schnurrendes, knatterndes, klapperndes Geräusch hörte und aus dem Fenster sah. Es war ihre Urgroßtante Rose. Rosie steckte sich den Bleistift hinters Ohr, schob sich das Notizbuch in die Hosentasche und rannte nach draußen, wo Tante Rose gerade mit dem Käsekopter im Garten landete. Hey, hey! rief Tante Rose. Wie geht es meiner Lieblingsingenieurin? Tante Rose sprang aus dem Hubschrauber, schnappte sich Rosie und wirbelte sie durch die Luft. Meine neueste Erfindung ist die reinste Katastrophe, sagte Rosie düster. Fantastisch! erwiderte Tante Rose begeistert. Erzähl mir unterwegs alles darüber. Fliegen wir irgendwo hin? fragte Rosie. Darauf kannst du wetten, sagte Tante Rose. Und wir haben keine Zeit zu verlieren. Es handelt sich um einen Notfall. Rosie setzte ihren Helm auf und Tante Rose schaltete den Motor an. Der Käsekopter zuckte und ruckte. Er rüttelte und schüttelte sich. Er schoss in die Luft und sie flogen auf und davon. Sie sausten über den Garten der Nachbarin. Wow, was für eine Pracht! rief Tante Rose. Das stimmte. Frau Lous Garten war wirklich eine Pracht. Sie war eine Meistergärtnerin. Und ihr Garten der Beweis dafür. Jedes Jahr pflanzte sie Blumen und Gräser so an, dass sie ein riesiges Bild ergaben. Dieses Jahr fügten sich ihre Pflanzen zu einer gigantischen Gans zusammen. Gänseblümchen, Astern und Ringelblumen schufen das Bild. Hohe Stängel von Pampasgras schmückten es aus. Sie wiegten sich in der leichten Brise und erweckten die Gans zum Leben. Rosie sah in dem Moment nach unten, als jemand in den Garten schuppen lief, der einen langen Kittel, einen großen Hut, eine Brille mit dunklen Gläsern und Gummihandschuhe trug. Es war Frau Lous. Rosie wusste zwei Dinge über Frau Lous. Erstens, sie war geheimnisvoll. Rosie hatte sie bisher nur in diesem Aufzug gesehen. Zweitens, sie konnte Rosie nicht leiden. Es war nicht so, als hätte Frau Lous je etwas in die Richtung gesagt. Aber andererseits hatte sie überhaupt noch nie etwas zu Rosie gesagt. Sie waren Nachbarinnen, aber Frau Lous hatte Rosie bisher noch nicht einmal zugewunken. Einmal hatte Rosie Frau Lous am Fenster gesehen und ihr gewunken. Frau Lous hatte schnell die Vorhänge zugezogen. Es gab noch eine Sache, die Rosie in ihrer Annahme bestätigte. Alle Nachbarn wussten, dass Rosie Ingenieurin war. Sie stellten ihr Recycling-Schätze vors Haus. Frau Lous machte das nicht. Sie bewahrte ihre Recycling-Abfälle in Holzkisten auf der Veranda auf, anstatt sie vors Haus zu stellen. Sie wollte nicht, dass Rosie an ihre Holzkisten herankam. Zum Glück stellten die Männer vom Wertstoffhof, Ben und Bernie, die Kisten heimlich auf Rosies Veranda, wenn sie in der Schule war. Rosie war froh, dass sie das machten. Die Kisten waren voller Getriebe und Drähte, Werkzeuge und kaputter Motoren. Frau Lous mochte Rosie vielleicht nicht, aber sie hatte erstklassigen Recycling-Müll. Tante Rose steuerte den Käsekopter höher und höher und sie sausten davon. »Wuhu!«, brüllte Tante Rose. »Ich liebe extravagante Gärten!« Rosie blickte genau in dem Moment zurück zu Frau Lous Gartenschoppen, als zwei Hände in Gummihandschuhen ruckartig die Vorhänge zuzogen. Der Käsekopter flog über die Schule und die Iggy-Pack-Brücke hinweg bis zum Stadtrand. Tante Rose zeigte auf ein altes, weißes Haus mit einer großen Veranda. »Da fliegen wir hin!«, rief sie. Sie landeten darauf. »Frieden Zentrum«, rief sie. Untertitelung des ZDF, 2020